Hallo, ich bin Carsten bei Osterrode und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal, ich bin mal wieder in den Harz gefahren, diesmal mit meinen Eltern und Tante und Onkel. Ich bin aber heute alleine unterwegs und meine Mission diesmal ist der Harzer Hexensteig. Ja, ich bin vorhin in Osterrode gestartet, über den Hunscher Weg. Viele von euch kennen die Strecke ja auch schon, sind sie schon selber gelaufen oder auch von etlichen Videos auf YouTube. Und ich hatte es schon länger vor, den Hexensteig zu gehen, aber dies Jahr klappt es jetzt endlich. Ja, diese geschnitzte Frau, die hat eine Kiepe auf dem Rücken. Und mit dieser Kiepe wurden damals hier die Waren von Osterrode aus in den Hochharz transportiert. Wenn man Glück hatte mit Eseln, wenn man Pech hatte, trug man sie auf den Rücken. Und hier rechts, dieser Korb, den kann man hochheben, der wiegt genauso viel wie eine Kiepe damals und zwar 40 Kilo. So, wir sind jetzt am Eselsplatz angelangt. Das ist so der erste Rastplatz auf dem Hexenstieg und auch die erste Stempelstelle auf dem Hexenstieg. Und da ich ja die Stempel der Wandernadel sammle, werde ich mir auch hier jetzt erstmal meinen Stempel holen. So, Stempelstelle 140, aha, er ist auf jeden Fall da, Gummi auch, Stempel ist also heile. Kann ich mir dann jetzt also schon mal einen Stempel in meinen. Mein Gott, Stempelkissen ist aber nicht mehr heile. Also, Stempel, Stempel 140 ist mein 40. Stempel im Wanderpass. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, ich brauche jetzt noch 10, um König zu werden. So, willkommen an Körnings Ecke. Hier hat man einen Blick. Links im Bild kann man eventuell noch ein paar Dächer von Osterode erkennen. Und geradeaus schauen wir dann auf die Osteroder Kalksteinbrüche. Interessant ist, man kommt hier so aus dem Wald heraus und hört eigentlich gar nicht viel. Auf einmal kommst du dann hier an dieser Schneise und hörst den Lärm, der von der Stadt aufsteigt. Ja, und nachdem die ersten drei Kilometer bis zum Eselsplatz ja wirklich fast ausschließlich nur bergauf gingen, kommt jetzt mal so ein Abschnitt, der gerade ist und war vielleicht sogar ganz kleines bisschen abfällt. Auch mal schön. Allerdings weiß ich auch, dass ich noch ein paar Höhenmeter heute vor mir habe. Ja, mein heutiges Etappenziel ist ein Parkplatz an der Harzhochstraße, kurz vorm Dammhaus. Da werde ich dann von meinen Eltern nachher wieder abgeholt. Und da geht es dann morgen auch wieder weiter. Ja, die erste Etappe ist ja auch im Allgemeinen erstmal recht unspektakulär. Geht über so einen breiten Waldhighway, so eine Forststraße und geht zu großen Teilen, geht die erste Etappe auch fast nur bergauf. Also man hat schon erstmal einige Höhenmeter zu überwinden, bis man richtig im Harz ist, sag ich mal so. Aber dafür läuft man durch einen wirklich schönen Wald. Natürlich zum großen Teil Nadelwald, aber nichtsdestotrotz schon wirklich schön. Und es ist recht still. Ja, und hier bin ich jetzt am nächsten Punkt angelangt. Jetzt trage ich mich erstmal ins Hexenstiegbuch ein. So, und jetzt geht es dann weiter. Ich habe mich ins Hexenstiegbuch eingetragen. Und hier geht es dann jetzt weiter hoch. So, nächstes Etappenziel heute ist dann das mangelhalber Tor, das hier nur noch symbolisch steht, um an einen Wildgatter zu erinnern, das auf einer Strecke von 20 Kilometern hier oben gezogen wurde, um die Gärten und Felder bei Osterode vor dem Wild hier aus dem Harz zu schützen. So, dann geht der Weg immer so ein kleines bisschen bergauf weiter. So, und das nächste Etappenziel, der Bärenbrocher Teich. Und jetzt sind wir am oberen Nassewieser Teich. Also die Teiche hier sind schon toll. Ja, und jetzt langsam nimmt der Weg auch Züge eines Wanderwegs an. Und so nach und nach verwandelt sich der Weg wirklich vom breiten Forstweg zum wildromantischen Wanderweg durch den Harz. Züge eines Wanderweg durch den Harz. Züge eines Wanderweg durch den Harz.